Kapitel 29 Und während der Nachtwache des 17. Dezember um 23.16 beobachteten wir, wie ein riesiges, unbekanntes Raumschiff, das nicht der Terraformer-Flotte angehörte, weit ab der Sprungtore mit relativistischer Geschwindigkeit aus dem leeren Raum kam. Es durchquerte die Ekliptikebene der Sonne Alpha Centauri auf Höhe ihres zweiten Planeten, Taurus, und verschwand nach 36 Minuten wieder von unseren Ortungsschirmen. Seitdem sind die beiden verbliebenen Sprungtore des Systems, AC1 und AC2, nicht mehr mit Beta Lyrae BL1 und Epsilon Eridiani EE3 verbunden. Stattdessen führen sie nun in uns völlig unbekannte Sektoren der Galaxis. Jetzt sind wir auf uns alleine gestellt. Nur wir und die Amok laufenden Maschinen. Sonst nichts. Gott stehe uns bei. Lieutenant Commander Paul Ventara Logbuch der Dragonfire Vor undenklichen Zeiten hatte ein mächtiger, bis zu diesem Zeitpunkt unbesiegter Krieger der Familie Nihal, namens Gus Taggelt, eine Vision gehabt, welche die Gesellschaft der Split für alle Zeiten verändern sollte. Die Entdeckung der Raumfahrt lag noch geraume Zeit in der Zukunft. Wesen außerhalb des Planeten stellte man sich, wenn überhaupt, als tödliche Furien mit enormer Macht vor. Eines Tages würde man den Himmel erstürmen und sie ausrotten, dessen waren sich die Patriarchen sicher. Doch der Augenblick schien noch fern. Rivalisierende Familienclans stritten sich auf Hodie, dem Heimatplaneten der Split, um an und für sich reichlich vorhandene Ressourcen. Temporäre Zustände des Friedens zwischen den Parteien wurden durch bürgerkriegsähnliche Ausbrüche innerhalb der Siedlungen der Clans zunichte gemacht. Vernichtung, Blut und Chaos regierten die Split und fast jeder Schritt nach vorne zog einen prompten Schritt zurück nach sich. Zu diesem Zeitpunkt kämpfte sich Gus Taggelt unaufhaltsam in eine Machtposition, die ihm niemand mehr streitig machen konnte. Gus galt als der stärkste Split in der Geschichte des Planeten, doch er galt auch als der merkwürdigste. Ihm wurde nicht nur nachgesagt, unbesiegbar zu sein. Vielmehr wusste man auch zu berichten, dass er ruhig war. Er besaß nicht den Hass, der seine anderen Art und Zeitgenossen auszeichnete, und er tötete nur, um ein Ziel zu erreichen, nicht aus Lust oder Wut wie die meisten anderen großen Krieger. Gus Taggelt hatte eine seltsame Entdeckung gemacht, die ihm sehr zu denken gab. Split waren aufbrausend, geradezu cholerisch, versessen auf Kampf, oft grausam, immer kaltherzig, und sie gingen leichtfertig mit Leben und Tod um. Doch sie waren beileibe nicht dumm. Gelang es über einen längeren Zeitraum, die Wut eines Split nicht zu erregen, konnte er bedeutende Dinge leisten, wie zum Beispiel wissenschaftliche Forschungen anstellen oder über tiefe philosophische Fragen nachdenken. Diese Einsicht galt als unerhört und unbegreiflich. Forscher und Denker gehörten zu der damaligen Zeit nicht gerade zu den angesehensten Bevölkerungsgruppen. Man feindete sie an und brachte ihren Hass zum Überkochen. Aus vielversprechenden Talenten wurden so schnell Bersacker, die mit Faust und Schwert ihre Ehre zu verteidigen suchten. Gus Taggelt wusste all dies, und ebenfalls hatte er bemerkt, dass die weibliche Hälfte der Bevölkerung, auch wenn ebenfalls in gewissem Maße aufbrausend und grausam, doch wesentlich weniger leicht aus der Ruhe zu bringen war als die männliche. Besonders Frauen, die Kinder austrugen, ignorierten Anfeindungen meist völlig, und die Männer behandelten die Mütter ihrer Kinder immer mit Respekt, ungeachtet aller äußeren Einflüsse, natürlich nur so lange, bis genügend Söhne im Hause waren. Der große Krieger des Split hatte im Laufe vieler Yatsuras insgesamt 27 Ehefrauen, und die Legende berichtet, dass er niemals auch nur eine davon hatte hinrichten lassen. Stattdessen versuchte er, auf der Grundlage seiner Überlegungen und Erkenntnisse, Mädchen und Frauen für die Wissenschaften zu begeistern, mit einem so durchschlagenden Erfolg, dass die Split aller Familien und Clans in zwei Lager gespalten wurden. Auf der einen Seite diejenigen, die einen Vorteil in der Erlangung des Wissens sahen und es begrüßten, dass ihre Frauen zu Hause sich nicht bloß um den Fortbestand, sondern auch um den Fortschritt der Spezies kümmerten, während sie weiterhin um ihre Ehre kämpfen konnten. Auf der anderen Seite gab es die, die Gus Taggelt für einen Verräter und Ketzer hielten. Gus war ein gewaltiger und schlauer Kämpfer. Sein Wissen und sein ruhiges, bedachtes Verhalten verschafften ihm Vorteile, wie sie noch kein Split vor ihm besessen hatte. Eines Tages setzte er das Oberhaupt der Familie Nihal ab, indem er ihm in einem kurzen Kampf mit einem mächtigen Schwertie beide Beine unterhalb der Knie abtrennte. Viel schlimmer als diese Verletzung war für den Namensgeber der Familie der Ehrverlust und er flehte um rasche Erlösung, die ihm Gus jedoch nicht gewährte. Stattdessen musste er mit ansehen, wie der Name der Familie Nihal durch den der Familie Gus ersetzt wurde und schnell in Vergessenheit geriet. Viel später schwang sich Gus dann auch folgerichtig zum Patriarchen von Gus auf, ein Amt, das zu dieser Zeit noch eher lokalen als globalen Charakter besaß. Gus hielt sich viele Dekazuras auf dem Thron, setzte seine Ideen und Vorstellungen gegen jeden Widerstand durch und entging jedem Attentat seiner Feinde. Erst in hohem Alter, seine Arme waren nicht mehr so stark wie einst und seine Sicht getrübt, gelang es einem der nach wie vor zahlreichen Gegner seiner Ideen, ihn zu enthaupten, seine Frauen und Gefolgsleute hinzurichten und die jüngsten Nachkommen zu versklaven. Der Name Gus Taggelt geriet in Vergessenheit. Denn gemäß der uralten Tradition musste die gesamte Familie den Vornamen des neuen Oberhauptes als neuen Familiennamen annehmen. Während der langen Regierungszeit des Patriarchen von Gus hatte das Volk der Split aber auf dem Gebiet des Wissens einige beachtliche Fortschritte erzielt. Noch größer waren jedoch die gesellschaftlichen Veränderungen. Nicht länger feindete man Wissenssucher an. Und Frauen, die große Entdeckungen machten, zollte man auch außerhalb ihrer Schwangerschaftszeiten Respekt. Der Berufsstand der Züglerin war geschaffen worden. Der Niedergang des Patriarchen von Gus ging dennoch einher, mit einem erneuten Rückschritt in Richtung Barbarei und Blutvergießen. Aber die Saat, welche die Split einst zu begabten Forschern und Denkern werden lassen sollte, war unwiderruflich gesät. Lange Zeit später trat ein junger Krieger namens Turok Tempf in den Pfad, den Gus Taggelt hinterlassen hatte. Erst er nahm die losen Fäden wieder in die Hand und unter seiner zwar aggressiven, aber doch auch besonnenen Führung gelang es, den Tumult und das Chaos so weit zurückzudrängen, dass die Split endlich als eingeeintes Volk auftreten konnten. Die Regierungsform der Split war die Diktatur des Patriarchats und so würde es für immer bleiben. Kein Split, ob privilegiert oder unterdrückt, würde dies jemals in Frage stellen. Doch wenn die Geschichte des Kriegervolkes von Hodie eines lehrte, dann dies. Ein starker Arm kann viele töten. Doch nur wer zu diesem auch einen scharfen Verstand besitzt, ist wahrlich gefährlich. Joe Tant saß weit zurückgelehnt in seinem Kommandothron und starrte gedankenverloren hinaus in die vielfarbigen Schleier der Halmen an Aurora. Der Antrieb der Knochenspäher schickte ein feinkörniges, gleichmäßiges Rauschen durch die Hülle des Schiffes, das man eher spüren als hören konnte. Der diensthabende Pilot Ole Töckern bediente mit schlafwandlerischer Sicherheit die Kontrollen des Schiffes, auf alle Veränderungen des Arbeitsgeräusches und des umgebenden Weltalls, intuitiv reagierend, meist sogar bevor die Instrumente noch etwas anzeigten. Genau wie der Chefpilot Uchantech, der zur Zeit seiner Pflicht zur Freischicht nachkam, gehörte auch Ole Töckern zur Elite seines Berufsstandes. Die Fähigkeit der beiden Piloten, ein Schiff wie die Knochenspäher manuell zu steuern, war eine ebenso tödliche Waffe wie die Plasmawerfer des Waffenoffiziers. Joe hatte die Tage des Schleichfluges genutzt, die Archive zu befragen, Pläne auszuarbeiten und nachzudenken. Er wusste, dass er kein Denker und Veränderer wie Gust Haggelt war, zumindest kein Geborener. Doch er verehrte den großen Krieger aus der Vergangenheit seines Volkes sehr, und das, was diesem angeboren war, würde er einst durch die Beherrschung seiner eigenen Triebe erreichen. Dessen war er sicher. Der Patriarch von Chin war ebenfalls kein Mann des Fortschritts, aber der Tradition Turuks treubleibend war er doch auch kein Bringer des Rückschritts. Sein Tant jedoch, das Oberhaupt von Cho's Familie, war ein starker und besonnener Krieger, ganz im Sinne von Guss, und eines nicht allzu fernen Tages würde Cho seinem Blutsverwandten dabei behilflich sein, den Thron des Patriarchen aller Split zu erklimmen und diesen zu stürzen. Bis dahin jedoch gedachte er, Chin getreulich zu dienen, auch wenn er gewiss sein konnte, dass dieser ihn abgrundtief verabscheute. Denn war dies etwa eine Mission, die man einem hochrangigen Offizier anvertraute? Seit Tatsuras schon verfolgte die Knochensperrer nahezu unbehelligt die Flotte der Paraniden durch die feindlichen Sektoren. Es gab kaum Feindberührung, und niemand schien sich ernsthaft mit dem Zerstörer der Python-Klasse befassen zu wollen, der dem Kampfgetümmel verstohlen folgte. Nur noch weniges Tatsuras voraus befand sich jetzt das Sternentor, das zum paranidischen Sternensystem Priesters Gnade führte. Dort hoffte Cho endlich eine Entscheidung herbeizuführen. Es wurde auch langsam Zeit. So ruhig wie seine beiden Piloten war der Rest der 16-köpfigen Mannschaft nicht. Obwohl für durchschnittliche Splits recht kaltblütig, wurden sie langsam ungeduldig. Man wollte kämpfen oder wenigstens Kampfspiele untereinander abhalten, um die Ehefolge der Besatzung immer wieder aufs Neue zu bestimmen. Chos Gedanken wurden unterbrochen, als sich nach mehreren Statsuras konzentrierter Stille sein Nachrichtenoffizier an ihn wandte. Herr, soeben ist eine Nachrichtendrohne des Patriarchen von Chin eingetroffen. Der Inhalt ist verschlüsselt. Wollt ihr ihn sehen? Cho winkte der Kamera mit dem Zeichen ungeduldiger Zustimmung. Welch überflüssige Frage. Eine Projektionsfläche leuchtete auf, und zur Überraschung des Sonderbeauftragten erschien nicht das Gesicht des Patriarchen selbst, sondern das bleiche, abgeklärt wirkende Konterfei eines älteren Split, den Cho zwar schon einmal irgendwo gesehen hatte, den er aber im Moment nicht recht einordnen konnte. Im Auftrag des Patriarchen von Chin paranidische und poronische Aufklärungssysteme berichten, übereinstimmend mit unseren eigenen Beobachtungen, übermassierte Flottenbewegungen in den Sektoren der Xenon. Weiterhin häufen sich die Übergriffe der Maschinen auf das Territorium der Gemeinschaft. Argon Prime wird unseren Erkenntnissen zufolge in Kürze alle Truppen und Reserven mobilisieren. Die Geschäftsführung der Teladi hat bereits den Kriegszustand ausgerufen und zieht, laut ihres feigen Notfallplans, alle Verbände in sichere Positionen zurück. Cho folgte den Neuigkeiten nur mit halbem Ohr, da ihm das Gesicht des Split zu denken gab. Nur ein Auge. Dieser fuhr fort. Oberste Priorität für die Knochenspäher bleibt weiterhin die Verfolgung des primären Missionsziels. Jede Information über das fremde Schiff kann von entscheidender Bedeutung sein. Kennung des Patriarchen folgt. Ui Tarlt, kommissarischer Diensthabender der Abteilung Kommunikation und Aufklärung. Ende. Oh, natürlich. Das Oberhaupt der Familie Ui. Cho hatte Ui Tarlt zuvor ein- oder zweimal flüchtig gesehen, aber nie mit ihm ein Wort gewechselt. Der Patriarch hatte das Familienoberhaupt zum Leiter der Kommunikationsabteilung bestimmt? Recht so. Cho verzog die Lippen zu einem Strich. Natürlich würde sich das die Familie Ui nicht lange gefallen lassen. Man würde offiziellen Protest einlegen und Chin musste einen Nachfolger niederen Rangs bestimmen, wenn er nicht ein ernsthaftes Zerwürfnis riskieren wollte. Nun, also, die Teladi hatten demnach den Kriegszustand ausgerufen und die Argonen würden bald zur Generalmobilmachung blasen. Das waren interessante Neuigkeiten. Cho war sich einigermaßen sicher, dass die Paraniden mit ihrem Gewaltmarsch durch das Gebiet der Xenon daran nicht ganz unschuldig waren. Umso besser. Die Split selbst hingegen riefen niemals den Kriegszustand aus oder machten mobil, denn sie befanden sich ständig in Alarmbereitschaft und betrieben all ihre militärischen Einrichtungen ohne Einschränkungen. Cho selbst war ein Teil dieser Philosophie und sonnte sich in dem Gefühl des sich aus dieser Tatsache ergebenden Vorteils. Cho überprüfte den Computer und entdeckte, dass die Nachrichtenthrone des Patriarchen neben der Videoaufzeichnung noch ein sehr großes Datenpaket mit aktuellen Informationen übermittelt hatte. Huy machte seine Sache exzellent, viel besser als seine Vorgänger im Amt. Der junge Sonderbeauftragte des Patriarchen verließ den Kommandothron und zog sich in seine Gemächer zurück, um die noch verbleibende Zeit bis Priesters Gnade mit dem Studium der neuen Informationen zu verbringen. Mit den neuesten Ergebnissen versehen saß Cho etwa eines der Zura vor dem Tordurchgang wieder im Kommandothron und dachte nach. Die Frage war nicht etwa, ob die Paraniden das Sternentor zum Sektor der Xenon bewachten, sie taten es, daran bestand kein Zweifel, nein, die Frage war vielmehr, ob sie automatische Einrichtungen betrieben, die sofort das Feuer auf jedes Schiff eröffneten, das aus dieser Richtung in ihr Hoheitsgebiet eindringen wollte. Cho schwankte kurzfristig zwischen der Möglichkeit, es einfach darauf ankommen zu lassen, und der zunächst eine Nachrichtendrohne vorauszuschicken, um seine Ankunft anzukündigen. Den Paraniden würde seine Anwesenheit ohnehin nicht verborgen bleiben, also konnte er sich auch von vornherein in seiner offiziellen Rolle als Sonderkurier des Patriarchen von Chin zu erkennen geben. Nach kurzem Überlegen entschied Cho sich für diese Option und ließ eine Drohne mit einer entsprechenden Nachricht vorbereiten. In der Mitteilung an den Priesterherzog des Sternensystems Priesters Gnade gab er vor, dass der Patriarch von Split ihn den hohen Würdenträgern der Paraniden als Gesandten und Mittelsmann in dieser Zeit der Krisen zur Seite stellen wollte und dass er mit weitreichenden Vollmachten seines Herrschers ausgestattet war. Dies entsprach sogar der Wahrheit, was Cho mit der beglaubigten Kennung des Patriarchen auch belegen konnte. Außerdem behauptete er, dass er von seinem Herrscher über die Möglichkeit informiert worden war, sozusagen im Kielwasser der Paranidischen Flotte die Xenonsektoren zu durchqueren. Dieser wiederum habe von einem Gesandten des Pontifex Maximus Paranidia Kenntnis davon erlangt. Das war natürlich ein Schwindel, der einer mehr als nur oberflächlichen Durchleuchtung nicht standhalten würde. Mehr war aber auch gar nicht erforderlich. Selbstverständlich wussten die Dreieugigen ganz genau, dass die Knochenspäher in Wirklichkeit nur des fremden Raumschiffes wegen hergekommen war. Offiziell bezichtigen würden sie Cho dessen jedoch ganz sicher nicht. Auf den Gedanken, dass der vermeintliche Sonderkurier die erstbeste Gelegenheit zu nutzen beabsichtigte, das Fremdschiff zu entführen und ihnen dabei dreist ins Gesicht zu lachen, würden die Paraniden ebenfalls nicht kommen. Bestenfalls mochten sie annehmen, dass Cho für den Patriarchen spionieren sollte. Sie würden versuchen, ihr Gesicht vor ihren Verbündeten und dem Rest der Gemeinschaft um jeden Preis zu wahren. Vielleicht würden sie sogar probieren, ob es möglich wäre, Cho falsche Informationen unterzuschieben. All dies waren jedoch nur Vermutungen mit einem bestimmten Wahrscheinlichkeitsgrad. Vielleicht schätzte er die Dreieugigen auch falsch ein, doch Cho ging zunächst nicht davon aus. Denn nach 20 Mitsuras kam eine Nachrichtendrohne mit einer Bestätigung des Priesterherzogs zurück, sowie mit einer persönlichen Einladung in den Gottesleitstand Unser Heil, der Befehls- und Schaltzentrale dieses Raumsektors.